Hallo, hier ist Naruto1986, herzlich willkommen zu Captain Tsubasa Part 207 Oh, ich bin schon mal der Party 3, guck mal, ich bin schon mal der Party 3, guck mal, cool, zu meiner letzten Partie bin ich gerade Hmm, ging voran auch, cool sehr sehr so so Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Die sind gut, die sind gut. Die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut. Die sind gut, die sind gut, die sind gut, die sind gut. Die sind gut, die sind gut. Die sind gut, die sind gut, die sind gut. Nein! Das 2-Tour kommt gleich. Und zwar jetzt kommt das 2-Tour. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe das nicht verletzt, aber ich weiß, was ich hatte hier gerade bei mir. Was soll ich hier loswerden? Was soll ich unter den Ballen? Ah, was soll ich hier loswerden? Was soll ich hier loswerden? Das ist ein Schaden. Was soll ich das? Was soll ich hier loswerden? Oh, das ist der Ball. Das ist es so. Was soll ich hier loswerden? Isawa-kun, mit dem Wattestaden? Oh, das ist okay. Oh mein Gott! Nachbar! Kastakun! 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 Hameshi! Tsubasa! 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 Naispray! Atto! Kastakun! Kastakun! Tsubasa! Kastakun! Wchenk! Did you? It's the Core !! It was the Red Spirit? キ他 doesn't touch the pass! 十分恐 в понемнюedsимиvalиями! It was the Red Spirit? It's the Red Spirit! 13-0! Hięęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęечka! Ja, das ist nicht so, dass ich spinne. Das ist nicht so, dass ich hier bin. Matsuyama-kun! Tsubaya-kun! Oh, halt! Ich habe ihn nicht mal. Tsubasa-kun! Balldash成功! Das ist nicht so! Nein! Ja! Aha! Aha! Ach du siehst, die spielen gut, aber ich schreck mich nicht auch. Was ist der? Alter! Nein! Okay! Weg mit den Ball! Alter! Weg! Weg! Jetzt kommt das nächste Tor! Wie ist das? Ja! Nie! Druck zum Spitz! Ich mach das. Sehr gut aus! Danke, Kurzem! Ratsch! Tja, geht's in Rait. Sepp! def! Ich bin schlafen,ョ Member Bohmel! Haha! ��x dran geht! Ich bin nicht bis zuerst. Einander mich. Da gibt's doch noch nicht. Ah, jetzt auch wieder. Perfekt. Wo soll ich denn? Hä? Wo ist die Bursa? Oh, da war alles knapp. Ja. Ja. Ich muss den auf Eifel dann auch für meinen Charakter aufweifeln. Oh, das kann ich auch noch nicht. Ich muss den aufhören. Ich muss den aufhören. Ich muss den aufhören. Ja, schülfe dich, Alter, geht rein. Bist du? 15-0. Tja, hätte es mich nicht überschätzen dürfen, Alter. Rein damit. Das ist so cool, da passt es so super. Nett. Ach, verdammt. Nett. Das ist... Nacken. Das ist nicht möglich. Nacken. Das ist nicht möglich. Nacken. 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 Das ist nicht möglich. Nacken. 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 Danke für den Ball. Ich kriege mich gerade wieder langsam in die Hülle und war dann so scheiße. Du scheiße Väter. Geh mal, Alter. Oh Gott, 10 zu 0. Klappt doch. Ich kann das ausstehen, aber ich machs nicht. Ich kanns ganz gut. Ich kann das nichts mehr sagen, Ich kann das nichts mehr sagen, ich kann das nicht mehr sagen. Ich bin hier. Ah, ich bin hier. Ich bin hier. Ach, ich bin hier. Ich muss dich irgendwie gucken, dass ich das hinkriege, dass ich das... Ich muss dich aufhören. Ich fängst das. Ich schieß. Wir haben ihn ja schon drin. Und? Er ist drin. 9 zu 0. Wir waren damit. Oh yeah! Der Falke ist im Spiel. Hm. Wow! Okay. Der Fack ist jetzt, Alter. Oh, Schuss. Und einer mit. 10 zu 0. Tja. Fisch gehabt, Leute. Super. Mhm. Mhm. Ja. 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 Schnell. Die sind jetzt. Ja. 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 Ich hab den Ball. Ja. 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 Was ist das, dass er zu weit unten war? Es wäre was geworden, wenn ich zu weit unten gewesen wäre. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, also jetzt. Einmal mit. Jetzt. 11. Einmal mit. . . Kup! . . . . . . Ich habe den Held. Das geht es untertitelt! Nun ist das hier angekommen! Wir gehen jetzt! Wir gehen jetzt mit den Tulen! Das hat sich so schwach in Wien sehen! Ahaha! Ich bin jetzt aufgelsober! Ich bin jetztuyorsun! Hier Ratsch! Kasseg'in! Hier schaut sich los an! Wir sind ja so schnell wieder. Wir sind jetzt aufgelen. Das ist für eine Handelsk Lynn! Boah! Boah! Jetzt kommt der Schuss! Nächster! 12 zu 0! Tja! 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 Jetzt guckst du doch heute! Oh Gott! Tja! 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 doch zuzubasser, verdammt. Ja, wegen euch hat das zu viel Ausdauer verloren. Wegen euch hat zubasser so viel Ausdauer verloren. Nur weil ihr nicht richtig passt. Weil ihr eben noch zu einem anderen passen müsst. Aber die Krieg, dass zubasser seine Ausdauer schnell zurückgekissert hat. Das war knapp. Und rein damit. 13 zu 0. Perfekt. Ja, perfekt. 13 zu 0. Komm gut. Oh ja, sowas liebe ich jetzt schon wieder. Ich hätte auch viel Druck, Junge. Ja, Leute, was macht ihr hiervon? Kommt doch mal her jetzt. Ich bin auf dem Sprüchen, jedes Mal. Jetzt. Boah, jetzt passt er dem Falsch. Ich bin so... So... Loitz! Ich bin so... Ich bin so... Das ist ein ganzes Wettbewerb! Das ist ein Wettbewerb! Das ist ein Wettbewerb! Das ist ein Wettbewerb! Was ist das? Oh, jetzt kann ich noch mal so auf. Ich bin fast wieder aufgeworden. 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 Aber ich bin später im Kreisengarten. Der eigentlich sowas nervt. Und Blasche. Das ist ein Mist-Federfall. Das kann ich nicht haben, Alter! Ich bin fast wieder aufgeworden. Ich bin fast wieder aufgerufen. Das ist ein Mist-Federfall. das ist ein Mist-Federfall-Faß. Das kann ich nicht haben, Alter. Aber ich bin einfach wieder auf das Spiel. Das was ich an dem ganzen Spiel so hasse ist. Wenn die Leute so dupfen, von wo rennen, bin ich herkommen. Ja, und wer hat da noch zu weit geschliffen, das hasse ich einfach noch. Ja, und dann, guck, Tsubasa steht da! Und was macht der? Er passt viel zu weit, der Trottel. Und das wird uns noch ein bisschen ärgerlich machen. Und das ist das, was mich am Anfang aufgeregt ist. Weil wenn sie die Pässe so weit kicken, wenn Tsubasa mit mir in der Nähe ist, kippt er zum anderen her. Und das ist das, was mich am Anfang aufgeregt ist. Und das ist genau das, was mich am Anfang echt zum Aufregen bringt. Das meine ich gerade eben. Das meine ich. Das ist, was ich meinte. Da ist Tsubasa und der Depp passt vorbei. Ich bin doch dran, Junge. Genau das meine ich gerade wieder. Ich bin doch dran, Junge. Wenn er es nicht umspielt, dann das ist das Jochen, was er dann ist. Er sieht solche Sachen, was ich hasse. Wenn sie nicht hingehen und die Leute umspielen. Das ist das, was ich meine, kommt keiner her. Kann keiner von euch hinzukommen, hierher zu kommen, um den Scheiß Ball abzunehmen. Kannst du nicht verstehen, was ich meine? Das ist das Ding. Ich bin doch den Scheiß Ball abzunehmen, wenn ich nicht verhangen habe. Ok, jetzt bin ich mich zu Hause. Ich bin doch der Schuss, was ich meine. Das ist das, was ich mit dem Zeichen. Weil Leute, wenn man es nicht in der Voranzangstelle. So was ich in der Raadiert obwohl. So was ich hier gemacht habe und nicht mehr. Dazu gehen, eine Schuss, die Schuss, ist sicher, der Schuss. Oh, Sie müssen die Schuss. Guck, ihr habt gesehen, wie nach Subasa dran war, und da hinten ist es nicht für nötig, Subasa den Ball abzuspielen, sondern in anderen Spielern zu spielen, obwohl Subasa mitten in der Nähe war. Das verstehe ich nicht, aber das ist das, was mich manchmal so aufregt. Manchmal, was mich am meisten aufregt, ist, wenn die einfach hingehen und einfach viel zu weit schießen. Oder wenn es am Ende dann zu weit durchrennen. 70 zu 0, jawohl. Aber Gott sei Dank kriegst du gebacken, denke ich. Das klappt, denke ich. Ich hasse es, wenn so ein Mist passiert. Das hasse ich doch in dem Spiel, wenn so ein Mist passiert. Und das sind diese Störfaktoren, was mich merken, was mich zum Ausrasten bringt. Weil nämlich nie was passiert, was passieren soll. Hä? Danke, das ist alles, was ich wurde. Subasa meine Negross gepasst, das war's. Das ist direkt zu Subasa. Wo soll's sein? 18.0. Und das sag ich jetzt nix mal. Das ist nicht so, Leute. Das Spiel hat sich selber als gut gemacht. Aber was ich scheiß gemacht habe, wenn ich an dem Ding ist, Pässe sind zu weit, viel zu weit. Das dann, dass sie auch hingehen und Pässe fahren passen, wo keiner ist. Oder wenn du zum Beispiel... Was ist das? Das ist das Schuss. Das ist kaputt, schießt. Okay. Das ist mal. Das ist doch alles, was ich will, mehr will ich doch gar nicht, danke, liebes Spiel, danke, das ist alles, was ich will, mehr will ich doch gar nicht. Oh, viel Zeit. Okay, das ist ein Blattarm. Oh, schiss. Oh, kopf, stimmt. Das macht sich zu mir. Perfekt, passt doch. Dankeschön, das ist gut, gut. Oh, cool. Das war alles, was ich will, mehr will ich doch gar nicht. Herzlichen Dank. Mach! Mach, mach, mach! 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 Trippeln doch, Alter, meine Fresse, dann ist deshalb jeder da. Aber das mit Trippeln und auch mit dem Austrippeln finde ich gut gemacht. Oh ja, ein Schuss. Ein Schuss. Rein damit. Und? 22 zu 0. Ich lasse das immer wiederholen, dass man sieht wie es ist. Jawoll. Ein Schuss. Ein Schuss. Ein Schuss von der Sari. Fliege. 21 zu 0. Alter. Perfekt. Ein Schuss. Oh, das heißt. Dann werden wir nicht mehr so verletzen. Die Kugel. Du bist hier. Ah, du bist hier. Jetzt deinen Schuss. Das ist alles. Du bist der Kugel. Das ist das Kugel. Der Kugel. Der Kugel. Der Kugel. Oh ja, schön, dass du da leben gehst, aber du kannst ja nicht viel helfen. Ja, mit dem Ball. Ja, mit. Ja, mit. Ja, super, okay. Perfekt. Und jetzt? Jetzt, dich wieder vom Schuss auf jemanden. Nur gegen Blocks. Nichts, was du mal sagst. 24-12. Wir haben schon 25 zu haben können oder 26 zu haben, wenn er vorhin nicht so ein Schuss gebrochen ist. Aber geil. Er ist drin. So. Oben ins Netz. Hehehe. Okay, wir haben's. Jetzt müssen wir noch mal schießen. Wo kommen wir zu schießen? Jetzt geh ich auch dran. Okay, hab den Ball. Okay. Und wecken dir. Oh, Schuss. Und? 25 zu haben. Einen Oh, der ist besser. Oh, der ist besser. Macht nichts draus. Hehehe. Oh, der ist besser als FIFA. Ohne Witz ist besser als FIFA. 5 Minuten Spiel nach Spielzeit. Flieg. Flieg, hä? Was, du hältst ihn? Na, warte, Freundchen, hältst du ihn nie wieder. Ach Mist, das dem Korbake passt, Alter. Egal. Fertig. Fertig. Schwachst. Ach, ich war ein Wettbewerb. So, ich warte. Schwachst. 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 Weißt du, was wir in der Näheischen Drift? Drift. Ich bin in der Hand. Ach, ich bin in der Hand. Drift. Und jetzt konzentrieren Hinschutz Und Jawohl 26 zu 0 Yes Dann müsste er offen sind Wann er nicht 1 1 1 1 1 Ja klar, wir haben die gleiche Zwei-Fronten, Monks. Ich bin so ein Tor, ich bin so ein Tor, ich bin so ein Tor. Nein. Das ist immer schon abgelaufen, dass er jetzt wirklich noch... Ich bin jetzt nicht, Alter. Oda-kun, hier ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, Alter. Das ist ein Kampf, Alter. Ich bin jetzt nicht, Alter. Das ist ein Kampf, Alter. Das ist ein Kampf, Alter. Flieg! Diesmal hier rein. So. 27 zu 0. Hawaii. Gutes Tor. Ah, klappt doch besser als ich dachte, man ist wieder vorbei. Mhm. So, jetzt, 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 jetzt! Naja. Junge. Was fällt dir eigentlich gerade noch vor, dem ... Locken, Junge? Weg. Jetzt reichts. Ah, klammig. So. Wie kann ich das Tor attackieren? So. Kannst du noch... Ah, wenn Foktoma noch rausgeht durch das Ding. Oh ja, so lieb ich das. So lieb ich das Tor raus. Oh ja, so lieb ich das. Kannst du noch mal sehen? Oh ja, so lieb ich das. Okay. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. 29 zu 0. Perfekt. Wir haben den Kuchen noch nicht auf die Tor gesessen. Oh ja, so lieb ich das. Oh ja. So lieb ich das. So lieb ich das. Oh ja. Oh ja, Orien. Oh ja. Oh ja, ich bin einfach extra. Wow ja. Jawohl. Oh ja. Oh ja. Mit dem Ballverdammten. Was soll das? Jetzt kann ich das Ding nicht nur noch machen. Oh mein Gott, das ist 30 zu 0. So. Tja. Soll ich mal noch ein Problem? Tja. 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 Ja! Okay, perfekt. Und jetzt 31. Einmal mit. So, 31. Oh, Scheiße. Wie ist das? Wo ist das? Das ist gut. So, das wird dann gehen. So, uns Zuhn mal an und jetzt zu viel in. Ich kann ganz ausschneiden. Ich bin zu viel zuentretime. Ich muss mich gewinnen und blöcke gehen. Ich bin zu viel zu sparen. Das ist, was ich sagen muss. Das ist, was ich machen muss! Ich bin zu tief. Schau doch nicht den Topsten mal an. Der war genial in die Ecke gepracht. Der war richtig geil in die Ecke posiziert, passt auf. Der war richtig geil in die Ecke. 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 Was ist das? Was ist das? Mit! Und ich bin dann mit! Und rein damit! Upsa! Mhm, 32 zu! Nö! Das war genial! Oh, ja! Oh, ja! Danke! Du wirst hier kein Tor schießen, Junge! Das sind Gäste, Alter! Das war's! Oh, ja! Oh, ja! Danke! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ja, das war's! Entspan! Na, ne, weißt du? Ca, ne, 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 ne? Ja, aber es klappt besser jetzt! Endlich! Sobald ich das Kugeln entspannen bin, ist im Bereich. Guck, das ist halt die ganze Zeit nur so bei. Ich muss ihn aufregen. So, das ist einfach cool, dass ich mich aufregen habe. Dann beginnt ich den eigentlichen Ding kaputt. Damit. Okay. Okay. Schießvolles. Hei. Das könnte nicht manch, aber Pass gewesen gerade eben. Verarsch mich schon, Junge. Ja, kommt mal zwei Kürbe. Was ich? Ich muss ihn nicht mehr aufnehmen! Was ich? Das ist nicht so schön! Ich habe einen Kugeln, ich habe einen Kannen. Ich habe einen Kumpel. Ich habe einen Kumpel und ein Kumpel. Okay. Halt ihn los fest. Ich mach ihn nicht nur einmal, oder? Da kommt der Tücher. Der Tücher! Das ist der Dribbel. Du hast ihn nicht geschossen, oder? Du hast ihn nicht geschossen, oder? Das ist eine Ratsache für die Nase. Du hast ihn nicht geschossen, oder? Der Tücher ist nicht geschossen. Ich kann dich nicht vergessen. Das ist das! Der ist vom Diener, der geschossen wurde von mir. Oh, von mir! Wie weit er leben? Wie weit er leben soll ich denn was? Hier! Wie geht's jetzt? Du bist dadurch wundern! Du hast aber auf jeden Fall eine Überraschung! Fahre und schau dir! Du gehst und schau dir! Das ist doch ein Dribbler mit dem Weg! Das ist dein Problem, Junge. Wir haben trotzdem mehr Tore als ihr. So, 37 vor 1. Hätte ich von euch nicht erinnert, dass er weiter den Tor ausschießt. Aber wir sind trotzdem weiter vorn. Oh, was bringt das euch immer nach hinten zu spielen? Seid ihr doof? Danke. Weg. Weg. Noch mal rausgespielt, das hat mehrere Spiele ausgespielt. Ich rede mich trotzdem in den Fall auf. Das ist doch gut, wenn man mal v-schießt, weil sie zufrieden sind. Das ist ein stark, aber trotzdem haben die keine Chance richtig. Ich hole mich nicht mehr da vorne, die holen das nicht mehr auf. Ich gehe nicht wegen einem Tor. Das ist das Hund, den ich nicht mehr aufhört. Aber wir haben uns 38. 30. Weg. Weg. Genau, was ist das? Boah, Alter, ich verstehe nicht, wie die so blöden Kretschen haben. Danke. Boah, wäre ich nicht dahin gelaufen bloß, Alter. Das war jetzt mal eigentlich nicht so schön, gerade eben. Ja, Junge. Kannst du mal rangehen hier? Warum? Junge, du läufst die ganze Zeit hinterher. Ja? Aber du springst nicht auf den Charakter um, Alter. Was soll der Mist? Moment, ja, ich bin nicht falsch passen, das ist nun. Ich lasse mich genauso. Was schritte. Was? Was machst du? Weg. Geh weg, Alter. Ich stehe nicht nur hier in den Weg einfach. Schuss. Und der ist drin. Tja, 39.01. Alter, ist der Track hier aufzuholen, die Tore. 39.01? Ich bitte dich. Wir sind sehr weit. Wir haben einen sehr weiten Vorsprung. Weg. 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 Geh weg. Weg. Schuss. Müsse ich mich nicht! Ich bin ein ganzes Typ! 3-4-3-3-4-0! Also ich bin noch nicht in derymsel! Mein ist noch nicht in der ersten Karte! Für dich! Ja, um mich zu kontrollieren! Manchmal geht es nicht anders! Du musst nicht kontrollieren, als ich jetzt erwertet habe. Und ich kann nicht anders sonst! Ja, freu dich nicht so früh, mein Freund, siehste? Machst du dich beruhigt? Danke. Danke. Weg. 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 Junge, wie kratzt du mich auch an meine Schuhe losgelassen hab zu schießen, Alter? Du musst mich verarschen, Alter. Junge, du bist mich nicht dran, Alter, mich zu schießen, Alter. Was haben wir jetzt? Was denken wir euch? Eigentlich sitze ich. Tja. Es gibt immer Schwierigkeiten, aber die Schieken und hört sich aus, Alter. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Kisugi-kun. Du bist hier. Hier ist der Pass. Überraschung. Weiter ausgedrebt. He 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 he. Weiter ausgedrebt. Weg. Weg. Einer mit. Das ist so cool! Ich liebe dieses Spiel! Na eigentlich jetzt klappt es zumindest! Na eigentlich jetzt klappt es zumindest! Jetzt kann ich mich nicht mehr... Jetzt kann ich mich nicht mehr... Wäre leicht... Ah! Ruhig dich zurück, mega mit! Danke für den Ball! Warte, dieses Junge! Warte! 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 Wie es aussieht wie ein Bütler ausfalten! Schreit! Warte! Warte! Ich hab mir jetzt nicht gedacht, dass das eine Falke ist. Schreibt's mir doch in die Kommentare, wenn's falsch gewesen sein soll, wenn's ein Adler gewesen ist. Wenn hier in der Gierdorf ist. War eigentlich mal ein kurzer Pass auf Zubassar. Geht doch. Oh, ich weiß nicht, es geht rein. Hahaha. Ah. Ich hab's nicht mehr gewischt, aber... Boah. Tja, Freunde, die Nacht. Hier. Alles. Halleluja. Warte rein. Ah, der Seitentopf ist immer geil. Ja, irgendwie wird's... Der Seitentopf ist immer richtig cool. Äh, hallo? Äh, hallo? Nun ist der ganze Entwurf für die Magistration. Was ist denn das gleiche Film? Ja, das ist's. Jetzt reicht's. Widerselfen, Ben. Flieg! Widerselfen, jetzt bist du. Widerselfen, du bist so gut. Wie viel zu viel verletzen, wirst du jetzt aufbauen? Na, nichts da. Nichts da, Leute. er ist drin jawohl hab den Ball ich umtrippel dich dich umspiel ich auch erstmal mein Freund wie kann das so schnell sein bevor mein Schuss geladen ist verstehe ich irgendwie nicht ja mit dem Ball Leute könnt ihr mal herkommen bitte von hinten danke okay das ist ja hm Dreh! Oh ja, das war's auch. Andern mit. So. Tja. Okay. Mit dir. Auf die letzte Bank. Danke für den Ball. Weg. Weg. Ich schieße ihn hier wieder. Ich schieße ihn hier. Scheiße. Keine. Oh ich bin. Ich bin bin der Allen der Welt der Welt. Ich bin der Verteilung. Ich bin der Verteilung,율ụ ich dich. Ich bin der Verteilung. Ich bin der Verteilung. Ich bin der Verteilung. Ich bin der Verteilung. Wir haben den Ball. Danke. Zwei Leute umspielen. Den umtricke ich auch noch. Wenn das reicht. Ah, nein. Das ist nicht so gut. Alles ist nicht so gut. Wirklich schlafen, Alter. Krass, gemütlich. Krass, gemütlich. Sehr gemütlich. Oh, ja. Oh, Mann. Ihr müsst nach vorne. Ja, gute Technik. Hinten zu spielen ist sehr gut, aber bringt eigentlich zu dem Sinne ganz schön wenig. Alter, ich wollte jetzt nicht. Hä? Ah, ist zu pass. Okay, ich wollte gerade sagen, Alter. Was ist das? Hey. Sorry, Miksa. 50. Haha. Passt auf. Derory, der kann nicht. Ja, ich drücke es aus. Nur geschlagen, hat man eigentlich. Schmerzen, los. Schmerzen. und dann noch einen Top Spoon, noch mal Top Spoon und da den Reingehauen Supasa Leute, Pass, meine ich. Sowas hasse ich wieder, weil die alle wieder irgendwo rummachrennen. Die Leute? 130, die müssen hier stecken alle. Die anderen nicht. Das eigentlich ist das Torbücher nicht mehr. Das war einfach das 1. Chaos. Aber das 1. Chaos habe ich kurz gesagt beendet. Das ist ein Schuss. Oh, das ist nicht das. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist das, was wir hier haben! Tasse-kun, wir sind in diesem Ball! Hoh! 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 Hau! 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 Huh! Ich habe vergessen, ich habe das Ding ja noch geladen. Die Foulzone war nicht. Ich habe vergessen, die Foulzone ist ja noch bei uns. Ah, der richtige Topspring wieder. Genial. Ich habe die Fücher. Ich habe den Ball. Nein. Nein, nein, nein. Wer ist denn? Wir haben den Ball. Wir haben den Ball. Du weißt, ich bin halt doch nicht da lang, mein Gott! Weg! 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 Das ist ein guter Timing für mich jetzt. Oh, passt doch nicht. Wie fühlt's zum Falschen? Das ist ein Drittel und ein Drittel! Oh, das ist ein Drittel! Oh, das ist ein Drittel! 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 Und drin ist er! Tja! Das ist so ein wundervolles Tor! Ja, ich hab's ganz viel aufgenommen! Aber ich mach's nicht gut! Das sind cool! Wer ist denn? Und! Ich hab's nicht zufrieden! Oh! Zubasa! Das ist ein Drittel! Das ist ein Drittel! Zubasa-kun! Das ist ein Drittel! Ich bin zufrieden! Das ist ein Drittel! Das ist ein Drittel! Das ist ein Drittel! Der hat doch einen Mund. Er ist drin. Tja. Hehehe. Schreibt euch eigentlich. Ich glaube, wie ihr seid. War gut, aber nicht gut genug. Rein damit. Was kommst du eigentlich her? Kannst du mal abhauen? Was willst du von mir? Da sind wir alle. Was wollt ihr eigentlich alle? Was kommt rein damit? Oh, das geht jetzt mal. Oh, das geht jetzt mal. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Rein damit. Das war's. Auch machen es. Wicke. T mentors. Die Ich glaube, das ist jetzt Wasser und Schlazer, vergess das, nix da. Ja, das bringt mich ja da auch nicht viel. Ja. Danke. Weg. Weg. Nein. Habe ich alle ausgespielt? Ja, das ist. Ja, das ist. Ist er? Genau. Das war es, das war es. Perfekt. Das ist endlich. Sie müssen umhauen. Aufhärten keine Säger. Weg. 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 Hier ist der Fall von Hörer! Ha! Kato-kun! Oha! Hörer! Hörer! Takt! Takt! Das ist ein Doppelstück! Oha! Hörer! 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 Wern Sie! Ja! Genau, jetzt sieht es die Sammlung schon aus, diesmal reicht es. Oh, komm, wir doch. Ich bin ein Ball. Ich bin ein Ball. Perfekt. 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 Ich muss euch noch kraft, warum mehr holen. Ja. Perfekt. Was? Neue. Perfekt. 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 Kann ich herren, Alter? Perfekt. Eine Wauspielende. Ciessau, filtering wirklich? Echt? Ich verstehe nicht, wo sie nicht אבל aufgehen in dem Spiel? wenn sie es auch nicht gewinnen können mit den ganzen ganzen Jungen Ja, mit dem Ball Oh, ja, zu war, da war es noch nicht Appell weg So Junge, warum Das ist, das ist so krass, ich glaube, wenn die jetzt nicht hier anfangen Oh 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 Ich kann nicht schießen, weil das bringt nichts. Ich weiß nicht, wie sie... ...weilen... ...siegel naheinander kommen. Okay. Warum passen die immer nach hinten in die Trottel? Der Schoss. Der Schoss, das ist ein Drei-Vschuss. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Oh ja, das ist toll. Und wir sind für uns. Das ist der Schoss! Das geht! Ich weiß nicht, dass ich so was kenne. Okay. Er hat den Ball, verdammt. Fick! Fick! Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe hier irgendwas nach vorne müssen. ok und 3 mal mit hat er gedacht, dass der den 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 war, er hat zurückgetraut können dann rein ich hatte auch den hinder ich daran auch, was sie sagen, war das Das ist doch knapp, oder? Ja, er kommt doch nicht. Und rein damit. Gibt da jetzt so, oder? Komm rein! Die sind nur noch spitzert, nervt müssen. Das war ein Schuss. Das war ein Schuss. Das war ein Schuss. Okay. Weg! Auch! Ich bin schon hier hinten! Ich habe aufgehört, ich bin richtiger Geist! Ich bin richtiger Geist! Boah. Das war mal so bei dem Treffer. Das ist zweimal direkter Treffer rein. Vielleicht sein ... Schau mal doch in die Tür! Merge in die Tr SOLN! Ich bin richtiger Geist! Der Entgerechter ist da noch viel zufrieden. Der ist im Streit finde ich kürzlich. Hör doch auf, auf das zu spüren, verdammt. Ja, schießt, Alter. Okay, das ist doch Zeit zur Spülung. Du magst meinen Ball zu halten, Alter. Du magst dir doch meinen Ball zu halten, Alter. Jawohl, gewonnen. Und? Du magst meinen Ball zu halten, Alter. Danke, Mann. Perfekte, Mann, doch. Das Eitritte. Und? Dann machen wir das gleiche runter. Das bringt mir gar nichts zu gucken. Warum soll ich gucken? Im Ding. Im Ding. Ankatsu schon wieder? Hm, ne. Okay. Ich spiele schon mit Ankatsu, das könnt ihr vergessen. Captain is right. Ja, okay. So, mal mit einer anderen Mannschaft. Nicht immer mit der selben Mannschaft. Was soll denn Mist? Ist doch blöd, nicht immer mit der selben Mannschaft zu spielen. Oh, egal. Nein. Hm. Hm. Was soll. Was soll. Was soll. Hm. Ich muss. Was soll. Was soll. Das war's für heute. Ich vergesse das. Hm. Denkst du dir, Alter. Tja, warte ich noch und dann ist raus. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Machinio-kun, spaskige! Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hm. Oh ja. Oh ja. Ah. Die Gewalt war der Weg. ...Kolick Suh! Das tut sie nicht. Die Gewalt war das! Wir haben Pfeuern. Hark. Fertig. Oh, Yume! weg weg oh Alter weg Junge, warum gibst du mich als Passwort Alter ich hasse das, wenn ihr nie passen tut, ey, das hasse ich pass ab ey, ihr spielt so unfair, wisst ihr das? weg ja, toll, das hat sich da aufgefüllt, nur weil die... alles solche Abkommen sind da weg ja jetzt cook schon, italien, hehehehe Ah, alles klar. Das ist einfach, wenn ich auch nicht erwarte vom Teil hin. Beste Umfahre an den italienischen Namen ist, dass die immer gleich sofort rammen müssen. Bleib hier jetzt, Alter. Jetzt geh halt ran, meine Güte, ey. Kann doch nicht so schwer sein. Genau das hasse ich so an Italien gerade. Das ist, was ich so an Italien so hasse gerade. Die dürfen viel machen, aber ich brauche hier gar nichts, Alter. Egal, ich weiß drauf. Anders hätte ich mir das auch nicht gewollt. Jetzt komm her, Mann. Ey, du hast nicht mehr so viel mehr. Ey. Jetzt sind wir dreifeln, okay. Ey. Ich hasse das wirklich. Ey, ohne Witz. Du kommst nicht nach vorne. Ich war nicht immer so. Dreifeln, ey. Weg. Übertreib nicht, Junge. Übertreib nicht, Junge. Übertreib nicht, Junge. Das meine ich. Die übertreiben derbst, ey. Die übertreiben derbst, ey. Die übertreiben derbst, ey. Das ist nur ein Spiel, aber die übertreiben einfach. Ich finde es von Bandai scheiße gemacht, dass man eine Mannschaft so übertreiben lässt. Ich meine vom Tacklen und ... Ich rede vom Weimkretchen, Tacklen. Ja, toll. Das ist so blöd für ihn daran, dass die Zoom vertreiben, nein. Das meine ich. Da übertreiben die von mit. Das ... Vertrieben einfach. Äh. Jetzt ... Ich finde es gut, wenn man hier spielen. Aber das ist übertrieben. Das ist übertrieben. Das ist einfach übertrieben. Das ist übertrieben, ernsthaft. Das ist einfach nur scheiß übertrieben. Ach. Das ist nicht los. Hä? Ist nicht los. Ist nicht los. Was ist jetzt schon los? Sie lesen. Allessin hinschen. K around того. Der kommt zu sehr. Elefill. T tot. Siehedeln. Alle, zusammen. Ich sage den ganzen membrenzieren, wie immer wird der LäuferBS anrufen. Es tut mir das aber ... Was ist es überhaupt? Der lim 해 to die Bolsonaro. ramatische kaufvoll Tominterleute. Sie funktioniert. Sahabt die Jaworsitzmusik. Die kann man so übertreiben. Ich muss ... Jetzt fangen sie schon wieder an, weil sie so übertreiben, Alter. Hör doch mal auf, übertreiben, ey. Ohne Wutze. Alter, ich hab noch nicht mal ein neues Tor. Ja. Gesehen? Ich weiß echt nicht, warum man das so übertreiben muss, ich schwör's. Stopp, nein, starke Mannschaft hin oder her. Starke Mannschaft hin oder her. Wie ich den, wie ich den, wie ich den Tackling, mit diesen Tacklings reingekrätsche und die ganzen Reingerutsche alles. Das ist übertrieben. So oft wie die da rein. Ohne Wutze, so wie die da rein krätschen und tacklen. Das ist übertrieben, finde ich. Ich weiß nicht, was ich meine, was ich aus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das meine ich gerade wieder gesehen. Das spiel doch einfach meine Fresse, ey. Das ist richtig, Junge. Das scheiß Problem ist, du kommst hier nicht richtig zum Schießen, weil die voll hier mit dem... Ja klar, wir sind jetzt hier zwei Vollhongs, wo hier wieder ankommen und dann gleich hier wieder... Das ist jetzt gleich wieder zwei Leute vorn hin rein müssen. Aber das ist schwer, ohne Wutze, aber gut. Obwohl es auf einem Stand steht, ist es trotzdem schwer. Aber was mich daran nervt, ist einfach... Wie man 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 einfach... Das ist sofort. Das ist einfach nicht ganz wahrscheinlich. Was war das? Was war das? Für für Island reden. Um, wohn, wohn. Somit ist es sehr, was ich da. Wo war das? Was ist dann dabei? Der Geist, aber jeder ist nicht zu viel. Oh, das ist dann dabei? Der Geist, der Geist, der Geist, der Geist dritte ist. Das heißt, ich drück und er umspielt den nicht. Das ist das, was ich so scheiß übertrieben finde an dem Spiel. Das ist das, was ich so scheiß übertrieben habe. Das ist das, was ich so scheiß übertrieben habe. Man muss es nicht übertreiben, dass man einen Ticko übermächtig macht, indem man den Soflip-Tekler, Ramma-Tekler und Kretscher einbaut, gell, dass sie den jeden Scheiß, das meine ich, Genau das meine ich gerade, das ist scheiße, ich finde es scheiße, wirklich, nein, das meine ich, Das ist auch ein ganz großer Ressort, das ist auch ein ganz großer Ressort. So wie der Sack, das ist sowas wie das, was auch an den ganzen Spielspaß, weil das macht keinen Spaß, so was gegen so einen Teamons Tritt, das macht einfach keinen Spaß, weil die jedes Mal einen auf die Bine zu legen und du nicht mal richtig nach vorn kommst. weil sie dich verdammt noch mal jedes mal antecklen wie verrückt da muss man sich auch verstehen dass das ist einfach nur das ist doch ja da muss man auch ich habe mich auch besucher stehen wirklich wenn man in der Mannschaft zurückfährt dann schaust du mich dich machen das ist Mist weil es dann wieder alle auf einmal weil es dann wieder alle auf einmal wieder alle ankommen gesehen? Leute das ist genau das was ich gerade meine das ist genau das was ich meinte du kommst nicht richtig gescheit nach vorn weil diese weil die da haben die solchen scheiß anderen am teckler kommen oder reingekretchen das meine ich du kommst nicht mal du kommst nicht mal du kommst nicht mal du kommst nicht mal richtig nach vorn weil sie sich sonst auch nicht weil sie sich sonst nicht knackt guck mal der top hat sich schon wieder erholt weil die jedes mal reingreten tag earning allege alles machen, weil du keine Nein, sorry, tut mir leid, das macht keinen Spaß, das macht keinen Spaß, wirklich, das macht keinen Spaß, ich habe keinen Spaß mehr an sowas, wenn du nicht machst, ich finde, es ist so cool, wenn man meine Mannschaft stärker macht, ich habe nichts dagegen, wenn man die Mannschaft stark macht, aber dann muss man nicht mit so einem, so, da muss man nicht mit, da muss man nicht mit, da muss man nicht mit, da muss man, da muss man jetzt hin gehen und übertreiben, ja, und dann umspielen die alle, und ich darf keine, ich darf niemand umspielen, die dürfen jeden, die dürfen jeden umspielen, guck mal, da ran die wieder ein, ey, nein, das ist, das ist doch scheiße, wirklich, sorry, aber alles, 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 alles drin, alles null, Leute, man kann es übertreiben, man kann es übertreiben, das ist übertrieben, selbst andere Teams sind nicht so, selbst andere Teams sind nicht so, wirklich, bekloppt aufgebaut, mit ihren täckeln und reingerutschen oder was weiß, ich bin gleich davon in der Nacht, weil das ist, wenn es noch ein bisschen ist, auch normal gemacht, aber bei Italien ist es voll übertrieben gemacht, ey, ohne Witze, sorry, weil, da macht doch dieses Spiel keinen Spaß mehr, wenn du jedes Mal nach fünf Minuten gleich wieder niedergekretscht oder getackelt wirst, weil du nicht richtig nach vorn kommst, weil du dann jede, auch wenn du abpassen musst, du bist klar, hat er ja nächste, gibst du den nächsten den Ball, du willst abgeben, trete ich der nächste schon wieder in dich rein und du hast den Ball verloren, weil das ist einfach, nee, ernsthaft, wirklich, das ist wohl die Kritik, was ich da an der Entwicklung von Italien eigentlich nur scheiße finde. Nein, starke Mannschaft ist ja okay, finde ich okay, das sage ich nix, aber wenn man so, wenn man aber dann irgendein Technik macht, mit dem ist, so übertreibt, genau das meine ich, wenn man so übertreibt, das kann ich gar nicht haben, sowas hasse ich einfach. Wenn dann, wenn dann, wenn dann die Entwickler nicht mal, wenn bei sowas, die Entwickler nicht mal ein bisschen mitdenken. Was ist denn, ich bin ausgewiegend, nächste kommt und kretscht mich lieber. Das ist, der untettelt mich wieder um, das ist das, was ich meinte, das ist das, was ich meinte. Guck, das ist übertrieben bei den, bei den Italien, übertrieben, alter. Und das, so macht das Spiel keinen Spaß, wenn's ausgeglichen, wenn's, 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 alter, wenn's aus, und dann selbst der nächste steht und nimmt den Ball in dem Sinn ab, weil er dann erst läuft und dann stehen bleibt. Siehst du, schon wieder kommt der nächste und kretscht wieder rein. Das ist das, was ich meinte gerade. Seht ihr? Das ist mein Ich-Geb-Loft zu dem. Bleibt er wieder stehen, zackt er mich wieder ab. Kommst du nicht mal richtig nach vorne, Alter. Das ist das, was ich meinte die ganze Zeit. 4 zu 0, so. Das ist das, was ich die ganze Zeit redet und brannte. Das macht doch allen Spaß, wenn du jedes Mal hier ungenietet wirst von solchen Gegnern. Weil du keinen Ausgleich hast. Wenn wir spielen, bitte, wir müssen auch gucken, dass man einen Ausgleich bei der Mannschaft schafft. Einen Ausgleich schafft. Oh, nicht so ein Schrott hier, was man bei Italien gemacht hat. Obwohl du die schlechte Chance hast, richtig. Das ist das, was ich gerade schon wieder von, was ich die ganze Zeit rede hier. Oh, spiel ihn doch einfach mal. Da gibt er wieder nicht ab, ey. Kommt, Leute. Tschö. Passe sind. Das ist ein Spiel. Die ganze Team ist wie ein Kappel-Kappel-Kappel. Die Kappel ist ein Kappel-Kappel. Der Kappel ist ein Kappel-Kappel. Das ist ein Kappel-Kappel-Kappel. Übertreibt doch grad, Alter, wirklich. Das ist ein Kappel-Kappel-Kappel. Das ist der Kappel-Kappel-Kappel-Kappel-Kappel. Anregt den Kappel, mal auf diese Rage. Lass doch mal drauf. Den Kappel anklang. Das ist alles für Siege. Das ist einfach zu dir. Es ist wirklich so witzig. Das ist wirklich ein Hammer, witzig aber. Was? Noch 5 zu 0 geschossen, war wohl. Ja, aber sorry, wirklich. Wenn man ein Team schon fliegelt, dann... ...ist man Tackles und all die ganzen. Besser, wenn man die Leute da ein bisschen hingeht und dann ein bisschen vernünftig ist und noch mal ein bisschen einen Ausgleich schafft. Statt sowas. Oh, jetzt geht das mir echt auf die Nerven. Boah. Boah. Ja, und sowas wie das meine ich auch. Wenn's dann echt nicht ausweichen, ey. Oh. 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 Das war's für heute. Das hier ist ja ein Abwehr. Das ist da. Das hier ist ja auch so lecker! Das hier ist ja auch so lecker. Das ist ja auch so lecker. Sie ist ja auch so lecker. Und das hier ist ja auch so lecker! Was machen Sie? Wir brauchen das charakter. Ja, was dieetig? Was ist denn so? Das hier ist ja auch so, was haben wir gemacht. Ich glaube nicht, ich bin froh, wenn ich die Teile genommen habe. Hä? Wofür ging? Ah, ja, hier. Stell. Hä, wo ist Black? Ist der vorn? Ja, da ist er. 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 In diesem necesita. Ja, da ist er. Ja, da ist er noch. Er war der published in GreenGRUze. Mein Freund, weil mir das Ding nicht passt, denke ich. Dann kommt mein Freundchen. Wir haben jetzt. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Und... So, 7-0. Hm. Passt doch. So, rein damit. Okay. Okay. Oh Mann, die Lattung obendran. Oh Mann, ich hab' dem nicht Spiel. Dieser ist langsträger. Italien. Ich hab' einen Zug. Konty. Egal. Ich hab' den dritten Auflaufen. Boah, das ist so großartig. Das ist so großartig. Das ist so großartig, dass ich den noch mehr davon bekomme. Das ist ja cool. Wow, gleich gerabt den Typ. Black. Und jetzt. Ich glaube, das ist ein bisschen besser für mich. Alles klar, aber weiß ich was nicht. Das ist so großartig. Hm. Jawoll. 8 zu 0. Perfekt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nicht verletzt. Es ist ein Schmerz. Ich habe mich wieder. Schau mal! Ich habe einen Illusion. Ich habe noch keine Hand. Das ist ein Schmerz. Oh! 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 Mh, hm! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Oh! Das ist Ranguilis-Mapot! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Wie, der rennt. Alter Vater... Oh, ja! Ja, ja! Ja, ja! Wie, der rennt? Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ich hab' den Kopf, mein Freund! Oh, ja! Ich hab' den Kopf, ich hab' den Kopf! Rein? Das ist einfach! Mein ist einfach! Ich hab' den Kopf, ich hab' den Kopf, ich hab' den Kopf! Ich hab' den Kopf, ich hab' den Kopf! Ich hab' den Kopf, ich hab' den Kopf! Und rein, wenn er reingeht, werden ich schon gehält! Oh, er ist rum! Und zu null! Schon wieder! Er ist ein echter Schafschuss, das stimmt! Echt? Ich hab' die ... Ich hab' dieikh' nicht recht, dass er kommt... Ich hab' den Kopf, keruch! Oh, halt! Rein! Was kommt? Werft mich doch nicht! Werft mich doch nicht! Mann! Das ist ein Tor. es ist ein Tor aber gut ich will es nur wenn es den Scheiß Ball hält und mich doch mit dem Scheiß hier rummacht weg das kotzt die mich echt an oder scheiß die mit dem übertreibung jetzt haut mal ab ich umspiele ihn doch einfach meine Wiese umspiele ihn doch einfach nie und das würde jetzt wenn sie auch mal die Schüsse nicht laden das ist auch schrecklich Es tut man. Koppel, koppel, koppel! Hatte ich geklade. Es tut man, was du! Didn't du schrauben? Warum müsst ihr mich jedes Mal auf die Pelle rutschen? Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. So, 10 zu 0. Wir sind schon hier auf der Pelle rücken, Alter, das nervt. Ich bin froh, dass ich die Mannschaft nicht mehr antreten muss, wirklich. Ich habe einen Musiken mit girl. Ich bin froh, obwohl ich weiß, diese Mannschaft nicht mehr antreten kann, wie ich das schon. Ich bin froh, man. Ich bin froh, wir sind froh, dass ich diese Mannschaft nicht mehr antreten kann. Die Mannschaft ist gut, das macht mich an. Okay. Oh, das war ich nicht schlecht. Ja, kommt der Schwingen. Das war's für heute. Der Kederick, das nicht an der Ball hat. Was? Weit, der Körnöch, der Körnöch! Weicht! Er ist nicht an der Ball, der nicht ein Sch sanctes Problem war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das nervt mich doch. Komm doch her jetzt, Alter. Das nervt mich doch, echt schmutzig. Das nervt mich, so mach. Das nervt mich, Alter. Das nervt mich, hier. Der Kopf ist schmutzig. Das nervt mich, damit er schmutzig. Gut, dass du, dass du, dass du, abwärter du. Das schmutzige Geist ist ja, für dich. Ganz gut. Das schmutzig ist richtig. Das war ein bisschen wichtig. Soll das nach Bord. CU shouldn't they don't we each like to the are you t bringing Oh Alter, der durch ist bei dem... Oh Alter! uma Pass El Roll L 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 Wie seitlich der Kuchserien. Ein Mann. Nients必要. Lie an. Ria zu verantworten. Das warai. Der Herr Nagelschus. Er hat ein wenig machst. Der Kuchserien hat sich sehr erregnet. Er hat sich gerettet. Der Kuchen kam. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Scheiße. Ja. realidad b es urgen den Oah! Oah! Uah! Achtert! Huch! Puh! Huch! Gideon! Tuckler! Oh... Jaw limbs! Achtert! Ich würde es auswählen! Ganz schön! Acheisen! Es geht weit runter! Ich denke über 20 die Sch workload! Äh, halt. Oh, hm. Das kotzt mich an, dass da immer aus dem Scheiß-Gab rausgeht. Das ist echt schön, ich weiß nicht. Das ist richtig. Oh ja. Ja? Ja? Na ja, du sagst, ja? Du hast es da! Du hast die Hände nicht auf der dritte Seite! Du hast es in meinem Beeren! Super-Breaker! Super-Breaker! Du bist da! Na ja, du bist! Na ja! Na ja, du sagst! Du bist da schon zuhörig! Nach vorne! Du kannst den Jungen langen Ballen! Du kannst den Jungen langen Ballen! Du kannst den Jungen langen! Das war's für heute. Was ist das? Das ist so cool! okay, ich bin gefeiert... Kkaueof! Ich bin nicht mehr gesehen! Aber ich bin nicht mehr gesehen! Das ist ein Superbreakers – es ist ein Energieer der Bremi! Das ist eine Eichung! Das ist ein helper Sieb! Ich bin nicht mehr gesehen, dass es etwasuers werden! Das ist ein H Ancient! Ich bin nicht mehr gesehen! Das ist ein Superbrick-Suit! Das ist ein Superbrick-Suit! Wir werden es nicht mehr als ein paar Punkte nehmen! Los geht's! Wir werden mit den敵eren! Was? Wir haben einen Ball-Wong! Wow, durchgerutscht bei dem... ...Tümpel da. William-kun! Ah, das war Pross. Das war Pross geholfen. Das ist ein langes Trot. Wir sind hier. Wir müssen uns okayen. Wir sehen uns über Prossen im Dritten. Emil. Das ist eine Prossen. Beruhrer! Das ist eine Prossen. Brake. In dem wir wieder Kassel ab. Wir können daspiel ran. Oh, der Friedrich ist reingerutscht, der Williams. Echt, in den Amerikaner war es dran, die alle bringen können, das sein, auch der Williams. Oh, wie so schnell, oh, was ist das für ein Hochladen? Oh, ja. Oh, ja. Buena moneta. Die poor moneta. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, okay. Oh, ja. Oh, okay. Ich habe noch ein Schuss in Chickel, Chickelboi. Na ja, muss ich immer nur den gleichen Tor schießen, wenn ich auch noch einen Tor schießen kann. Da kann ich die ganze einfach mal raushauen hier. Oh, was... Oh, was ist das? 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 Das war's. Der ist ein langes Ratsch. Machio, der Ball hat sich. Walker, hier wird es nicht weggegangen. Das ist ein Tatsch. Das ist ein Zettel. Der ist ein Stil. Der Ball hat sich. Das ist ein Zettel. Das ist ein Zettel. Oh, yeah Oh Oh Ich muss ein bisschen Abwechslung reinbringen Ja, haben wir es jetzt Oh, kreis noch ein Oh Durch mich Ja Mach's auf gut Glück Ach, fuck Ja, ja, krieg ich Sanya mal Ich hab's den Allgemeinen Ich hab's den Allgemeinen Ich hab's den Allgemeinen Ich hab's den Allgemeinen Alles, das ist nicht schlecht Okay Ja, komm Ja, Mann Okay, aber Oh Oh, Mann Ja, Mann Oh, Mann Okay, Mann Darf ich jetzt? Meine Güter ey. Ja, klappin. Alter! Verhälscht. Verhälscht du mich gerade hier? Ja, der ist doch nicht so angeben, Alter. Okay, wir haben verloren, diese Elfmeter, aber scheiß drauf. Ja, aber das ist auch beschissen, Alter, weil du nie weißt, ob die rechts, links oder Karte schießen, diese kleinen Zigeuner. Ich hasse sowas einfach bloß. Ja. 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 Ja.